hallo freunde der sonne da bin ich wieder mit timber and stone immer noch erkältet liegt auch daran dass die folge hier direkt nach der anderen anknüpft ja und wir versuchen jetzt so weiter unsere siedlung zu retten wieso versuche ich sie zu retten sollte das nicht passieren sollte ich sie nicht retten können ja dann kann ich immer noch von vorne anfangen ist gar nicht so schlimm aber wie gesagt das spiel ist so böse es will einen vernichten das soll so so farms 6 in die richtung so dann fällt mir noch ein hier wollte jemand seinen namen drinnen haben schlechte sicht kathletisch prokaziert athletisch nee das ist schlechte sicht schon ja aber schlechte augen kathletisch suchen wir ihn uns raus irgendwo wird er schon sein klamsi alles klar unser klamsi wird zu oh er macht dich groß warum nicht er wollte zu drin haben also es ist drin anna da ist am start und banana ist unser bilder sogar unsere haupt bilder wie es aussieht weil der hier ist noch leerling und jetzt seht doch endlich zuerst die bauer zu gehen was ist hier los wer macht die löcher damit alle durchkommen oder was ich werde hier sabotiert meine eigene leute sabotieren mich hier liegen ja noch ein paar tote viecher rum kann der forager jetzt erledigen das schöne an den dingern ist kann man übereinander stapeln davon wird man viele brauchen leider er ist fertig mit seiner arbeit alles klar du warst stonemason tue dies weiter da bist du ab und da jetzt zusehen dass wir hier die luken schließen wichtig wichtig so und dann müssen wir jetzt hier weiter wohlstand vermitteln ansonsten noch mal ein problem banana ist level up schafft er das alleine ich glaube ja soll er hier anfangen zu angeln ich verlasse mich einfach auf den auf den banana dass er hier alle dicht macht bevor er uns alles anfallen will was uns anfallen will so dann haben wir einen angler und das schöne ist der angler der hängt hier vorne rum und macht seinen shit den macht er relativ gut der tailor kommt mal so wenig voran da ist jetzt Carpenter aber wir brauchen wieder irgendwen die noch zuziehen genau holen der chick zurück um mich abzuhauen so dann haben wir bald alles dicht und dann geht es weiter dann müssen wir natürlich weiter versuchen zu überleben äh jetzt macht er bald die letzten dinger zu und dann sollte nicht mehr so groß passieren hoffentlich also passieren wird wahrscheinlich schon noch jede menge aber kontrolliert kontrolliert das ist das was zählt es muss kontrolliert passieren und dadurch dass wir das jetzt geschlossen haben kann es nur kontrolliert passieren wenn etwas passiert ja klingt komisch ist aber so klingt komisch ist aber so Oh ja, er sollte sich denn auf den Wall irgendwie Bogenschützen draufsetzen und so. Bogenschützen sind des Spielers größter Feind. Ja, wenn ich das mal so sagen darf. Man kriegt die hier alle, dieses ganze Gewusel. Man kriegt die nicht kontrolliert, man kriegt sie nicht gezielt dorthin, wo man will, weil sie einfach auch gezielt irgendwie, was heißt gezielt, nicht gezielt, durch die Gegend rennen und man keine Kontrolle hat. Und das führt dazu, dass wenn man keine Kontrolle hat, dass man nicht weiß, wie und wo und wann. Und ich hatte halt jetzt schon oftmals das Problem, dass meine Archer meine eigenen Leute erschossen haben. Ja, es gibt hier Friendly Fire. Ja, und das machen die in einem ganz großen Stil. Wenn ein riesiger Gewusel ist und die da alle am Kämpfen sind und meine Leute, meine Infanterielleute da drin stehen, dann schießen die Archer. Egal, ob die jetzt mit dem Rücken zum Archer stehen, also meine Leute mit dem Rücken zum Archer stehen oder nicht. Wollen einfach rein und treffen die eigenen Leute und das tut fatal böse Aua-Aua machen. Huhn. Siehst du, was du wieder reinkommst? Das Huhn ist durch das letzte Loch abgehauen, das gibt's doch gar nicht. Ui, das Huhn ist wieder reingekommen. Ein friedliches Huhn. Oder es hat irgendwas kommen sehen. Die Flucht ergriffen. Ja. Gut, dann haben wir hier jetzt dicht. Der Builder wird jetzt gleich nichts mehr zu tun haben. So, nächste Sache. Ja, auf jeden Fall, Archer werde ich keine mehr machen. Einfach zu gefährlich. Meine eigenen Leute gehen da nur bei drauf. Da habe ich keine Lust drauf. Muss nicht sein. Warum soll ich meine eigenen Leute töten? Das passiert halt leider viel zu einfach. Also verzichte ich da drauf. So. Jetzt gebe ich meinen Builder wieder was zu tun. Weil es ist so. Und dann brauche ich noch eine Tür. Und noch eine Tür. So, weil ich vermute, dass der Typ hier gerne hoch und runter rennen will. Sollten wir... Äh... Ich jetzt töte. Structus Bralls. Können wir hier... Eine Treppe schaffen. So, und da der Wagenleier hier auch hoch will. Der hier auch noch eine Treppe. Hast du diese Game-Safe-Aktionen? Hast du hier immer die schlimmsten Sachen? Jetzt sind wir eigentlich Level 5 doch. Haben wir jetzt endlich unsere Robes? Rob, 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 Rob. Ne? Irgendwie so. Oh, haben wir. Oh, du hast dich gebaut. Wir haben kein Holz. Wir haben echt kein Holz, ne? Wir haben kein Holz. Wir haben unser Woodcutter hier. Der Fischer. Wir brauchen hier wieder ein Menschlein am Start, das was macht. Alles raus. So ist alles raus. So, und hat er jetzt gebaut. Dann kann er jetzt anfangen, die Mauer höher zu ziehen. So einfach ist das. Und immer eins nach dem anderen, weil wenn man irgendwie eine andere Arbeit noch ansteht, dann kann er das noch ein bisschen fix machen. Ja, chopp. Nearest Threes. So. Also wir brauchen einiges an Leuten, dass wir hier irgendwie über die Runden kommen. Und das Problem ist auch, dass die Leute, die wir hier haben, wenn die kommen, da ist irgendwas. Also wenn da irgendwas ist hier auf dem Weg, dann kann das auch den alle machen. Dann ist der weg. Dann kommt hier nicht her. Weil tot. Deswegen sollte man wahrscheinlich auch ab und zu mal kontrollieren, so die Wege. Ob da was drauf rumwuselt oder nicht. Ich habe schon ganz oft gehabt, dass welche gekommen sind und nur noch ein Viertel live hatten oder fast gar kein live mehr hatten. Also ich weiß, dass Leute kommen. Und ich weiß auch ungefähr, wie Leute kommen. Und der knallt hier das Holz gleich wieder rein, was er geholt hat. Da haben wir Holz und es ist weg. Schatzzeug. Da haben wir überhaupt noch ein Schmied. Nö. Haben wir auch nicht mehr. Ach man ey. Der eine, der fehlt. Der bricht einem das Genick. Der bricht einem ganz böse das Genick. Den Farmer kann ich jetzt nicht mehr sagen, hey du bist jetzt kein Farmer mehr. Und den Woodchopper kann ich jetzt auch nicht sagen, hey du machst jetzt hier keinen Woodchopper mehr. Ach man, das ist doch alles unpraktisch. Alles so unpraktisch. Ich brauche mehr Einwanderer. Ich setze dich, könnte ich mal einbrauchen. Ich brauche mehr jetzt. So. Ihr habt da nichts zu tun, sehe ich das richtig? Stone Maze hat nichts zu tun. Fischen. Du. Ab und da. Was hast du nicht zu tun? Was hast du nicht zu tun? Ah, baue das Ding auf. Ja, das ist halt schon scheiße, wenn am Anfang einer fehlt, ne? Das ist wirklich echt nicht schön. Könnte besser sein. Könnte besser sein. Könnte besser sein. , wenn man sich nicht zu tun. Da ist ja ein sortisches Ding. Ich bin ja sehr. Das ist ja sehr, sehr sehr. Ich bin ja sehr, sehr, sehr. Ich bin ja sehr, sehr ghaut. Und da ist es wichtig. so viel ist auch gebaut hat nichts zu tun gehangeln das ist das beste was ich machen wenn du nichts zu tun hast gehst du angeln da war eine hohe frequenz an nahrung anschaffen das vielleicht und ein angelockt wird praktischerweise wäre gut warum möchtest du denn jetzt angeln gehen der läuft jetzt sich echt hier aus rum um da angeln zu gehen alter ich hab da eine Treppe gebaut aber ich hab das Problem verstanden ich weiß was das Problem ist der stand einfach im Weg und hab gesagt nö langsam aber sicher wird jetzt hier auch der Zaun aufgebaut das ist auch gut alles lebt irgendwie alles irgendwie so ein bisschen am Leben so jetzt lief es ja ganz gut ne also kam mir jetzt auch nichts mehr an was uns irgendwie umnieten wollte man kann sich nicht beklagen mir läuft die Nase das ist gar nicht total und toll das sieht natürlich doof aus ne wenn die zwei Mauern so ineinander geklatscht sind aber naja willst du machen wenn ich es anders gemacht dann würde werden die immer noch nicht fertig mit den Mauern das ist wieder unpraktisch na nichtsdestotrotz die Runde ist schon wieder voll ich bedanke mich fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst mir Daumen hoch da kommentieren nicht vergessen abonnieren nicht vergessen dass ihr bei mir was neues kommt bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss